auch 30 kürbissuppe ist fertig oder soll ich noch mehr machen so weiß ich glaube das ist erst mal okay oder wieder erstmal ordentlich was auf halde keine netten schuld rollen wenn ich genug haben ja da am rau da raule das über pokémon dann die gelingen linge 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 Wie ernst das auch auf einmal dann immer ist, ne? Ja. Übelst die Action-Mucke. Übelst Gefahr. Und dabei ist es dann immer nur wieder ein Radfratz und du läufst einfach hundertmal durch die gleiche Gegend und es nervt dich einfach nur noch. Ja, oder so ein Safkorn. Macht nichts. Oh ja. Oh nein, ist benutzt Herdler. Doch, Herdler. Ja. Oder Carpador mit seinem Klatscher. Aber gut, der nervt einen nicht so viel, weil er ist ja nur mit der Angel, ne? Außer beim Surfen, da kommt der auch manchmal. Weißt. Aber dann auch eher wieder Tentacher. Wo bist denn du, Raul, eigentlich? Bist du jetzt hier schon wieder back, oder? Ne. Ich habe gerade den ganzen Stuff einsortiert. Ne. Und bin jetzt am überlegen, was unser Fuzzi eventuell... ... noch gebrauchen könnte an... ... Knochen. Ich hoffe, das ist nicht verbuggt, ey. Oh! Hier ist das für den Schmied. Hier ist das für den Schmied. Hier ist das für den Schmied. Warte noch mal was. Ist weg. Äh, 1, 2, 3. Ja. Ja. Ist weg. So, dann gehe ich mal zum Schmied und breche das Ding auf. Warte, ich habe noch was. Nimm mal. Ich habe noch eine Goldnung wollen. Nimm die mal mit. Ach so, das Jane ist hier bei mir. Ups. So. Ne. Ah, meine Haken sind ready. Für den Schmied und dann aufbrechen. Ah, weiss ey. Bis wann hat der Schmied auf? 15 Uhr. 16 Uhr. 16 Uhr. Das schaffe ich nicht mehr. Geil. Was? So viele waren da noch? Ja, die wachsen ja nachher, die Steine. Was sind ja diese Muschelsteine irgendwie? Damit man Muscheln farmen kann. Ach geil, dann sind das ja auch immer wieder Quellen für Steine. Nice. Die Mupfel. Kann man dann hier auch immer wieder graben und kriegt dann auch wieder die Mupfel. Nüsse? Weiss ich nicht. Oder ist das nur einmalig? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht das wirklich nur mit nachwachsenden Sachen. Ah süß, jetzt sehe ich die auch hier alle am Strand. Äh, cute. 91 haben wir. 91 Walnuts. Boah krass. Walnuts. Dann schaffen wir das ja heute noch mit den 100 vielleicht. Hä? Hier ist ja dieser komische Vogel. Ananas sagen, goldene Kokosnuss. Tropisches TV. Was soll denn das? Mango Sprössling. Haben wir den schon? Nein. Für 25... Was brauchen wir nochmal? 25 Muscheln, ne? Ja, die haben wir doch. Aber doch locker. 75 oder nicht? Ja. Ja. Ja, hole ich mal von der Insel, packe ich mir ein. Zack. Er hier kann doch bestimmt noch irgendwas annehmen. Hier muss ich auch spenden. Nein! Tatsächlich schon alles gegeben. Hm, okay. Sind schon gegossen? Ja, cool. Ich würde jetzt in den Vulkan kommen. Aber ich glaube dafür ist ein bisschen zu spät. Wo bist denn du Janice? Ja, weiß ich nicht. Ich bin da auch noch gar nicht gewesen. Ich bin hier unten noch bei dem Resort. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Aber ja, keine Ahnung, was wir noch machen wollen. Ja, hier. Komm mal her. Komm mal her. Danke. Komm mal du her. Komm mal her. Komm mal her, my lord. Komm mal her. Komm mal her, my lord. Komm mal ja, my lord. 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 Ich bin eine lady. Schön. So. Und dann schmeiße ich mal den ganzen anderen Stuff hier mit rein. Taro Knollen und Ananas Samen. Viel Spaß, Raymond. Und dann schütte ich mir mal die Palme. Geil. Was machst du? Was machst du? Die Palme schütteln. Und ein paar Kokosnüsse runterholen. Ja. Ich hole mir die Nüsse runter. Aber. Geil. So. Wenn da nichts hängt, dann bringt es auch nichts dran zu rütteln, oder? Weiß ich nicht. Geil. Na ja, dann hängt er nicht mehr. Na ja, dann hängt er nicht mehr. Na ja, dann hängt er nicht mehr. Na ja, dann hängt er nicht mehr an. Hey, Geschlechtfack, na ja. Du bist weg, Freund. So. Hey, genau. Ich wollte mir übrigens diesen komischen Frosch hier nochmal angucken. Den hab ich so oft in deinem Video gesehen. Quackack. Schön, dich wieder zu sehen, Bombo-Freund. Hey, wir haben uns noch nie getroffen. Ich hoffe, du lässt dir große Bombo-Früst wachsen. Der Junge, der ist so pervers, das geht gar nicht. Der Junge, der ist so pervers, das geht gar nicht. So ein Ferkel. Aber ich hab keine Ahnung, was ich da machen muss, ehrlich gesagt. Oh, ich bin kurz pinkeln, aber ich lieg schon im Bett. Von was an der Frucht spricht er denn? Raymond! Soll irgendwas aufgespüßt sein. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Drück am besten auf Pause. Leute, hat irgendjemand von euch ne Idee, wie dieses Spiel funktioniert? Ich hab sofort so übelst aufgehauen. Drück bloß keinen Knopf. Dann geht noch was kaputt. Ja. So, ich bin auch pennen. So, dann bin ich auch erstmal kurz aufgehauen. Bis gleich. Perfekt. Nein, Aufgehauen. Tschüdelü. Okay, weiter geht's? Jo. Okay. Bling bling. So. Und was machen wir? Vulcano oder steht was anderes an? Also, eigentlich muss ich meine Hacke nochmal auf Iridium in Auftrag geben. Ja, mein Kind. Ich kann's auch wirklich schmeißen. Aber ist der schon fertig? Der braucht auch immer drei Tage, oder? Ja. Also ich hab meine Hacke da. Aber die... Also ich wusste nicht, dass die schon fertig war. Aber egal, das mach ich einfach morgen. Jetzt erstmal Zeit nutzen. So, okay. Mein Inventar ist nämlich bis zum ersten mit Nahrung gefüllt. Geil. Ja, das ist wirklich ganz geil. Wie tf. Kann man das jetzt die ganze Zeit machen, bis der wieder ganz viele Herzen hat? Ach, Drachenzahn. Sehr gut. Geil. Ohne Zahn? Ohne Zahn. Hehehe. Der süß, ne? Oh. 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 Ja. Schon cute. Ich... Ich hab den übelst gehasst. 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 Warum denn? Gehasst. 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 Warum? Ich hab den übelst gehasst. Warum? Ich hab den übelst gehasst. Ohaah. Ich hasse dich ohne Zahn. Das ist viel zu niedlich für diese Welt. Hehehe. Fühlt sich voll als was Besseres. Hehehe. Wie kommt man darauf? Wie zieht man diesen Schluss? Was? Ja. Was besser ist. Ja. Ja. Was soll denn das? Oh Mann ey. Ich wär auch ganz so süß. Was dann doch zu geben. Hehehe. Hier ne Buddy. Ah ok. Ja stimmt. Ich denke immer die ganze Zeit das sind nur solche Dinger wie diese Kupferteile und dann geh ich dann mal dran vorbei. So. Lava gedroppt. Ach schon. Wieder einer ne? Ja. Und ich muss auch gleich wieder healen du. So. Das mach ich jetzt mal. Ne. Sehr gut. Nice. Doppelbuck. Also du kriegst mal wieder Energie, wenn du Monster clappst, ist ja krass. Ja, aber wenn es das Leben wär... Übertrieben krass. Ja, aber... Ja, das wär ein bisschen OP. Aber das mit der Energie ist ja auch übelst krass. Du... Alter, heftig. Naja, aber Energie ist ja nicht das Problem. Ne, das stimmt. Das ist nicht so geil im E-Live. Weil, wenn man sich so oft hitten lässt, dann stimmt das natürlich. Na gut, hier ist nischt. Es ist halt entspannt, wenn man vielleicht in der Mine ist, wo man nur abbauen will. In den Low-Level-Mine und dann ein paar Monster clapp zwischendrin. Dann hat man immer genug Energie. Das stimmt, ja. Die Frage ist nur, ob ich dann das Ding ausrüste oder nicht doch wieder aufs Essen zurückgreife. Ach, kacke. Hacke? Hacke, hacke. Hacke, hacke. Hacke, hacke. Hacke, hacke. Hacke, hacke. Hier ist ein Crystal. Hier ist Crystal Matt. Ach, wieder. Wieder Crystal Matt. Alles klar. Geil. Nice. Oh, da ist wieder was, ne? Zum Rinne-Gehen. Das Rinne-Garn. Ach, schuldigung. Da musst du so zuniesen. Das ist einfach zu nah dran. Ja, safe. Ach, geil. Da ist ja auch ne Chest. Hast du jetzt mal die Stiefel auch weggeholt? Ja, ja. In so ner Chest hatte ich die Stiefel gefunden, ja. Geil, Taro Knollen. Oh, Hammer. Wir haben hier schon zuerst die Banane, Leute. Ja, geil. Ja, geil. Banane. Das ist geil. 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 Du hühle Banane. Ja, machen wir die jetzt genug. Banane. Banane. Ja, los, komm, let's go. Bangarang. Oh, ich muss auch schon wieder nen Coffee trinken, Alter. Was ist da denn los? Ah, pass auf, hier ist wieder der Hässlige, ne? Unter der Erde. Ah, I see. Alter. Alter. Drei Megabomben hat er gedroppt. Ja, und nen Haufen Kristall. Matt. Geil. Und wieder Kristall, Matt. Bomben und Kristall, Matt. Geil. Matt in Kristallinform. Huiiii. Zum Glück hab ich den Ring auf Yoda. Na, aber das klappt, oder? Der ist so wenig Eisenbarren. Das ist wahrscheinlich, weil wir alle geupgradet haben. Nee, kann nicht sein. Kann planen, oder? Wahrscheinlich so was anderes. Der Schnauze mal wieder Mittelwatt. Na gut. Dann geht das heute nicht. Boah, ich nehme die jetzt immer mit, diese Typen unter dem Ding. Das lohnt sich übel. Selbst nur für die Megabomben lohnt sich das so krass. Stimmt schon. Wir sind hier sonst voll teuer. Ah, hier ist wieder so ne Schnecke. Oh, geil. Schnecke. Na, Schnecke. Los, lass ein Stiefel sein, Stiefel, Stiefel, Stiefel. Stiefelkreis, Stiefelkreis. Ach, der Ring, den ich auch hab. Ja, ist das gleiche, glaub ich, mit Energie. Ja, genau. Hm. Ja, schlecht ist der ja nicht, aber. Ja. Hier ist Crystal Matt. Hier, ach so. Also da oben ist Crystal Matt bei mir. Bei dir meine ich ja. Ja, genau. Äh, ach so warte mal, ich muss mal auch was futtern gleich noch. Aber erstmal kleppe ich den hier nochmal weg. Oh. Perfekt. So. So. Und go. Ah, glaub meine Bemühung. Das hat nichts gebracht hier, ne. Hab ich hier übelst unnötig so ein riesen Feld angebracht. Ach, egal. Scheint nicht zu klappen. So. Oh. Hier ist schon der Tür. Egalor. Egalor, oder? Bisa Floor, oder? Bisa Floor, Bisa Knospen. Nee, andersrum. Ach, hier sind überall Schalter. Ach, den Raum kenn ich glaub ich noch. Ja, wir sind glaub ich alle Betätigen. Ja, du ähm. Helft mir mal. Mach ich. Ich hab alles mitgezogen. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Ich muss mich hier. Ja, ja, mach mal. einfach drauf und trifft schon weiß ja bei dem geht es leichter los schade alter so viele schleim es kommen jetzt kommt auch mal ein secret note nee ach so das sind journals und warptote hier den holen wir auch noch ja geil das war es hier weil das letztes recht alles geschnetzelt kann gut sein warte mal wie viel level gab es es gab zehn schnitt wir sind gerade so beim händler hälfte hälfte erst so dann zieh ich mir noch mal ist was ist nichts ganz gut ist nichts mach weiter so das schaffst du schon ist was müssen essen sparen ja hier kann man nicht ruhig da musst du dieses kanne ja da muss ich mal wieder wen gießen müssen wir ab nach gießen wenn diese in diesen ab dieseln durch gediesel kriegst alleine ne ach geil hier ist wieder crystal auch endlich ich war schon fast wieder nüchtern den hol ich auch in mega bomb diesmal nicht krass das ist immer gedroppt kannst du ja mal ganz kurz die kohle in die kiste tun ich muss kurz was herstellen aber kannst du erstmal noch mal eine runde hier herrscht also eine runde runterlaufen bei mir sind wir schon fertig deswegen so ist alles leer jetzt hier dann war so meine vitals voll ich habe mich gewundert warum ich die nicht aufheben kann sonst noch was rüber schmeißen oder wir stecken was oder ich nehme einfach den rest auf der es noch gibt ja hier ist wieder met den met restliche met jetzt geht's 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 gerei hier ist ein steak oder zwei geil wir bieten feinstes fleisch ein beef steak oder beef ich habe Hunger auf beef da unten liegt noch ananas ah ok ananas ananas warte mal da geht es ja links auch noch weiter und unten auch ananas der stumpfeste scheiß überhaupt ja